Recruiting-Film. Was ist ein Recruiting-Film? Ein Recruiting-Film soll durch den Einsatz filmischer Mittel neues Personal für ein Unternehmen anwerben. In einem solchen Video werden häufig folgende Komponenten dargestellt. Die Aufgaben der Fachkräfte im Unternehmen, ein typischer Arbeitsalltag, die Vorteile des Arbeitnehmers in der Firma, die Unternehmenskultur, die Entwicklungsmöglichkeiten im Unternehmen. Im Gegensatz zum Image-Film bewirbt der Recruiting-Film ein Unternehmen nicht als Ganzes, sondern gezielt als Arbeitgeber. Das Video wird in erster Linie zur externen Kommunikation mit potenziellen neuen Mitarbeitern verwendet. Gleichzeitig ist es aber auch bei der internen Kommunikation mit bestehenden Mitarbeitern nützlich. Das Recruiting-Video erinnert Mitarbeiter an die Vorzüge ihres Arbeitsplatzes und steigert somit die Wahrscheinlichkeit, dass sich qualifiziertes Personal auch langfristig weiterentwickelt und erhalten bleibt. Wo werden Recruiting-Filme eingesetzt? Sobald Sie Ihren Recruiting-Film in den Händen halten, stellt sich die Frage, was tun damit? Damit er neue Mitarbeiter von Ihrem Unternehmen überzeugen kann, muss er zunächst einmal gefunden werden. Deshalb sollten Sie ihn überall dort einbringen, wo Ihre Zielgruppe zu finden ist. Das kann sein auf Ihrer Website, auf Facebook, Instagram, YouTube, Xing und LinkedIn sowie auf Jobportalen. Um die besten Integrationsmöglichkeiten ausfindig zu machen, müssen Sie zunächst wissen, wer genau Sie suchen und wo er Sie finden soll. Vor allem jüngere Personen erreichen Sie beispielsweise auf Instagram. Suchen Sie also beispielsweise Auszubildende, können Sie Instagram-Marketing-Ads verwenden und Business-Plattformen wie Xing und LinkedIn sind generell eine gute Möglichkeit, interessiertes Publikum anzusprechen. Was möchte der Arbeitnehmer in einem Recruiting-Film sehen? Vereinbarkeit von Familie und Beruf, also Work-Life-Balance, gutes Arbeitsklima, Spaß im Team, flache Hierarchien, Aufstiegsmöglichkeiten und Karrierechancen, flexible Arbeitszeiten wie beispielsweise Gleitzeit, flexible Arbeitsplatzgestaltungen wie Home-Office-Regelungen, die Checkliste für einen erfolgreichen Recruiting-Film. Erstens, er ist authentisch und repräsentiert Ihr Unternehmen. Zweitens, es werden die wichtigsten Gründe für eine Bewerbung genannt. Drittens, er positioniert Ihr Unternehmen als attraktiven Arbeitgeber. Viertens, die Zuschauer werden unterhalten und auf emotionaler Ebene angesprochen. Fünftens, potenzielle Bewerber bekommen einen Eindruck von der Arbeit Ihres Unternehmens. Sechstens, sie drücken klar aus, welche Bewerber sie sich wünschen. Siebtens, High-End-Equipment und fortschrittliche Technik, Virtual Reality und 360-Grad-Videos in Recruiting-Filmen. Ein Recruiting-Film ist an sich bereits eine fortschrittliche und für gewöhnlich eine erfolgreiche Art der Personalbeschaffung. Noch effektiver wird es, wenn Sie Ihr Recruiting-Video als 360-Grad-Video realisieren oder Virtual Reality integrieren.